Vielleicht sollen wir eins einfach neben mehr aneinander kuscheln. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Neckar Botchers. Wir spielen heute Warhammer Underworlds, genau genommen Nightworld, also die Starterbox von Nightworld. All of the Box, direkt so wie sie vom GW geliefert wird, mit entsprechenden Decks als Vorschlag. Genau, also so wie sie vorher vorgefertigt sind, genau mit diesen Decks spielen wir, egal wie balanced das jetzt ist oder nicht, weil wir wollten einfach zeigen, wie das Spiel jetzt so sich spielt mit der Grundbox an sich. Und von daher legen wir jetzt los. Genau, ich hoffe ihr habt viel Spaß damit. Jetzt wird gewürfelt, dass ich die erste Karte aussuchen darf. Ja, ich habe zwei Erfolge, also ich habe eine. Suchst du dir jetzt zuerst die Karte aus und ich darf sie dann so legen, wie ich möchte. Ich nehme diese Seite. Lege ich es mal so. Gut. Nachdem wir jetzt die Karten gezogen haben, können wir jetzt auch nochmal entscheiden, ob wir welche abschmeißen möchten. Also dann eben von dem gleichen Typ alle auf einmal und mir gefallen meine Missionskarten am Anfang nicht. Deswegen schmeiße ich die jetzt ab und ziehe nochmal drei neue. Ich behalte meine Karte. Ich finde die in Ordnung. Ich finde die in Ordnung. Also wir würfeln jetzt anfangen, muss ich mit aufstellen und was ich versuchen darf. Kein Erfolg für mich. Ich habe zwei kritische Erfolge. Also entscheide ich mich, dass Troll als erstes aufstellt. Also wir stellen jetzt abwechselnd auf, bis einer nicht mehr aufstellen kann und dann stellt der restliche noch alle auf. Also jetzt wird gewürfelt, wer den ersten Zug hat. Da Basti zuerst fertig war mit aufstellen, kriegt er einen automatischen Erfolg. Also ich habe einen Erfolg, also darf ich jetzt entscheiden, wer die erste Aktivierung hat. Ich würde mal sagen, Troll muss anfangen. Ich aktiviere meinen Waaglav, den Krausam, der seine Fertigkeit aktiviert. Damit darf ich jedes Modell mit der Fertigkeit, mit der, das eine Shane-Rasp ist, zwei Felder weit bewegen. Geister dürfen durch Unpassierbares hindurch. Ich wähle Phantomparade. Das bedeutet, ich kann ein Modell, das nicht bereits in Verteidigungshaltung ist, in Verteidigungshaltung begeben. Werfe es sofort, wenn drei oder mehr befreundete Kämpfer an denselben feindlichen Kämpfer angrenzen. Eins, zwei, drei. Gibt mir einen Ruhmpunkt. Ich aktiviere Avarons Sturmvater, der macht eine Angriffsaktion, bewegt sich auf, Missionsziel Nr. 2, adaptiert dann den Chain-Rasp ohne Kopf. Da habe ich zwei Würfel und brauche die Hämmer und habe einen kritischen Erfolg. Und habe kritisch verteidigt. Dann darf ich dich trotzdem zurückdrängen. Dann spiele ich die Karte Ätherwing-Haltung. Befreundete Kämpfer erhalten gegen die erste Attackenaktion, der nächsten Aktivierung, Plus-1-Verteidigung. Ich spiele Gleitender Marsch. Alle Chain-Rests dürfen sich bis zu zwei Felder auf den nächsten Gegner zu bewegen. Aktiviere ich meinen Ruhm, um meine Rosenkönigin mit unentrinnbarer Vergeltung auszustatten. Dadurch kann sie in ihrer Bewegungs- oder Angriffsaktion auf jedes beliebige Startfeld teleportieren, anstatt sich normal zu bewegen. Diese drei Geister, zu Beginn der Aktivierung einem gegnerischen Modelltransient, werden sie angespornt. Das ist die Keule, das ist die Klinge und das ist die Axt. Ich aktiviere die Axt, die eine Attacke gegen den Obermufti ausführt. Zwei Würfel, die Schwerter benötigen. Ich habe einen kritischen Erfolg und da ich unterstützende Modelle dran habe, sehe ich das als ein normaler Erfolg. Und habe seinen kritischen negiert, er hat aber immer noch einen Erfolg, weil einer zusätzlich dran steht. Und damit kriege ich zwei Schaden. Ja, zwei Schaden. Doch, wir schieben dich hier hin. Ich will keine Karte spielen. Also ich möchte auch keine spielen. Gut. Er hatte vergessen, dass er die Ätherwing-Haltung eingenommen hatte und deswegen hat er zusätzlichen Würfel gehabt. Damit hat er zusätzlichen Krit gewürfelt und hat dadurch die Attacke abgewehrt. Ich aktiviere Rastus, der Verzauberte und bewege ihn eins rüber und bin damit durch. Müssen wir eine Karte spielen? Nein. Ich spiele festes Bestreben plus ein Würfel für die nächste erste Attackenaktivierung. Zum nächsten. Ich aktiviere meinen Gehängten mit einem Sturmangriff. Eins, zwei, drei, auf ihn. Ich habe zwei Würfel Basis plus ein Würfel durch das feste Bestreben und benötige Hämmer. Genau. Ein Erfolg und ein zusätzlicher Erfolg durch die Unterstützung, da ich zwei oder mehr Unterstützende dran habe. Dann verteidige ich wieder mit dem Schild und brauche einen kritischen, um zu verteidigen. Ne. Zwei Schaden. Also ich aktiviere Amist und mache ihre Aktion mit Macht erfüllen. Nimm dafür einen Zauberwürfel und brauche das Blitzsymbol, damit es klappt. Klappt natürlich leider nicht und damit bin ich dann auch durch. Karten möchte ich keine spielen. Nein, keine Karten. Da mein Gehängter jetzt auch an einem Modell dran liegt, ist er ebenfalls angespornt. Ich aktiviere meinen Vaglav, der seine Geister wieder zwei weit schicken kann. Eins, zwei. Eins. Eins. Dadurch, dass er sich bewegt hat, verliert er das am Verteidigen. Und damit bin ich dann fertig. Ja, dann aktiviere ich nochmal Amis, die einen Sturmangriff macht. Äh, eine Angriffsaktion. Überbewegt. Dann Sturmklinge dazu. Ich brauche Schwerter. Da verteidige ich uns bei der Ausweichung. Ist das jetzt mit Lugo oder nur abgewehrt? Haltführer einzeln. Ohne die meisten Sachgemer gewesen. Da jetzt beide ihre vier Aktivierungen hacken, kommen wir in die erste Endphase, in der gewertet wird. Ich habe Missionsziel 5. Ich kontrolliere Missionsziel 4. Ich kriege einen Ruhmespunkt. Jetzt könnte man noch ausrüsten oder Karten ablegen, die man nicht gut findet. Und dann wird nachgezogen. Äh, ich rüste noch Avaron Sturmvater mit Macht des Sturms aus. Krieg plus eins Schaden auf alle Zauber. Attackenaktion. Und gebe dafür den einen Ruhmespunkt aus. Dann haben wir noch unsere Karten aus, nachgezogen und würfeln jetzt da rum. Wer die erste Aktion hat. Jetzt darf ich entscheiden, wer anfängt und das bin diesmal ich. Ähm, ich aktiviere Avaron Sturmvater. Der macht eine Zauberattackenaktion gegen den Chain West mit der Axt. Ich habe zwei Würfel dafür. Ich brauche das Wirbelsymbol. Und habe einen kritischen Erfolg. Ich habe zwei Verteidigungswürfe, brauche Ausweichen, wobei mir nur kritisch etwas bringt in dem Fall. Nein. Dann mache ich jetzt normalerweise einen Schaden durch meine Karte zwei Schaden. Dann habe ich den Chain West betötet. Kriege einen Ruhmespunkt dafür. Dann wird Avaron Sturmvater angespornt, weil er einen Zauber geschafft hat. Dann erfülle ich, beherrsche den Sturm. Werte es sofort, wenn ein befreundeter Kämpfer erfolgreich einen Zauber wirkt. Kriege einen Ruhmespunkt dafür. Und habe außerdem bemessener Hieb geschafft. Werte es sofort, wenn ein befreundeter Kämpfer eine erfolgreiche Attackenaktion ausführt, die exakt genug Schaden verursacht, um sein Ziel auszuschalten. Alles ist so scheiße. Aber das war der einzige Grund anzufangen. Hätte ich nicht angefangen, wäre er wahrscheinlich vorher verreckt. Und dann ziehe ich wieder zwei Missionskarten nach. Und dann dürfen wir noch Karten spielen. Ich spiele große Kraft auf Amis Dämmerwacht. Kriegst du plus einen Schaden für alle Attackenaktionen mit der Reichweite eins oder zwei. Kostet mich ein Ruhmespunkt. Ich spiele Standhaftigkeit, gibt plus einen Lebenspunkt auf meinen Gehengten. Dadurch hat er vier Lebenspunkte. Nein. Ich spiele dann noch Stürmball auf Amis. Hat alle, also es ist eine Attackenaktion, hat alle angrenzend Feinde zum Ziel. Würfel. Ich will nichts mehr spielen. Ich aktiviere meine Rosenkönigin. Die macht einen Angriff. Und aufgrund ihrer unentrinnbaren Vergeltung kann sie direkt hingehen und dem Ruhmes mitgeben. Drei Würfel. Ich benötige Schwerter. Zwei kritische Erfolge. Da geht er. Keine Schwerter. Da hast du recht, ja. Keine Schwerter. Dann habe ich zwei Würfel zur Verteidigung und brauche auch zwei kritische. Ja, das hätte super geklappt. Dadurch kriegst du zwei Schaden und damit stirbst du. Tod eines Modells gibt einen Bonuspunkt. Meine Chefin hat einen Angriff durchgeführt. Ich gebe meinem Gehengten einen Würgestrick. Dadurch hat er eine neue Attackenart. Ich spiele Ausfallschritt. Ich darf einen befreundeten Kämpfer einen Hexfeld weit schieben. Ich will nichts mehr spielen. Ich aktiviere Amis Dämmerwacht und setze ihren Sturmwall ein und darf damit eine Attackenaktion gegen jeden angrenzenden Feind würfeln. Würfel ich mal gegen den Gehengten. Ich brauche Schwerter. Ich habe einen kritischen Erfolg. Ich benötige Kritz zum Verteidigen. Nein, damit kriege ich drei Schaden. Zum Glück hat er plus 1 Wundenwert, deswegen lebt er noch. Das ist unfair. Dann gegen den Chain West mit seinem Kopf unterm Arm. Ich brauche wieder Schwerter. Das ist leider nichts. Dann spiele ich eine Reaktion. Unerträgliche Häme. Du kannst nicht mehr angespannt werden für den Rest des Spiels. Und dann noch gegen die Rosenkönigin. Ein kritischer. Drei Lebenspunkte weniger für mich. Drei Lebenspunkte weniger für mich. Ich aktiviere meinen Gehengten und der attackiert mit drei Würfeln die Lady vor sich. Ich benötige Schwerter. Ein kritischer und ein Erfolg durch Unterstützung. Gibt drei Lebenspunkte Schaden. Fertig. Ja. Dann aktiviere ich wieder armes Dämmerwacht. Mach wieder den Sturmwall. Gegen jeden angrenzenden Feind. Einmal gegen den Gehengten. Ich brauche wieder Schwerter. Das ist ein Erfolg. Ist verteidigt. Dann schiebe ich ihn trotzdem weg. Dann gegen den Chainrest mit dem Kopf untermauern. Kein Erfolg. Das ist gut. Ein bisschen versuchen den Kopf aufzuschlagen. Wahrscheinlich. Und gegen die Rosenkönigin. Das ist ein kritischer Erfolg. Das wären zwei normale Verteidigungserfolge. Damit ist die Rosenkönigin tot. Dann kriege ich einen Ruhmespunkt für das Töten eines Feindes. Müssten wir spielen. Ich will auch nicht spielen. Ich aktiviere meinen Chainrest mit der Axt und mache einen Angriff. Auch sie sind zwei Würfel. Und ich benötige Schwerter. Das ist kein Erfolg. Dann spiele ich Reaktion. Wenn ich eine Attacke nicht schaffe, darf ich sie wiederholen. Damit hätten wir einen kritischen Erfolg. Dann verteidige ich mit Schild. Ich brauche einen kritischen Erfolg. Es macht zwei Schaden und damit stirbt sie. Ein Siegpunkt für mich. Ruhmespunkt. Ja, genau. Dann spiele ich unaufhaltsamer Eifer auf Rastus. Reaktion nach einer Attackenaktion. Dieses Kämpfer, die einen feindlichen Kämpfer ausgeschaltet hat, kann diese Kämpfer diese Attackenaktion durchführen. Das ist leider nur Reichweite 1. Dann aktiviere ich meine letzte Aktivierung von dieser Runde. Aktiviere den letzten verbliebenen Kämpfer. Rastus und der macht eine Angriffsaktion. Dann eins, zwei, drei dorthin. Greif den Gehengten an. Ich habe zwei Würfel. Ich brauche Hämmer. Und das ist gar nichts. Ich aktiviere meinen Vagglarf mit seiner Fertigkeit Chainrest bis zu zwei Felder weit zu bewegen. Damit bin ich dann fertig. Gut, jetzt kommt die zweite Endphase. Jetzt wird wieder geschaut, was wir erfüllt haben. Ich habe kontrolliere Missionsziel 5 erfüllt und kriege einen Ruhmespunkt. Ich habe kontrolliere Missionsziel 2 erfüllt und kriege einen Ruhmespunkt. Die Lady ist tot, also ist das auch erledigt. Ich möchte diese Ausrüstungskarte abwerfen und ziehe danach. Ich werfe die beiden Missionskarten ab und ziehe die letzten zwei nach, die ich habe. Dann würfen wir wieder darum, wer anfangen darf bzw. entscheiden darf. Wir haben beide einen kritischen. Dann geht es darum, wer mehr die halben Erfolge hat. Wir bauen auch einen. Ich habe einen weiteren noch und darf daher entscheiden, wer anfängt. Ich fange diese Runde an. Ich aktiviere meinen letzten verbliebenen Rastus und mache seine Zauberaktion mit Macht erfüllen. und brauche ein Blitzsymbol. Das habe ich geschafft. Dadurch ist er jetzt angespornt. Wenn ich den Zauber erfolgreich gewirkt habe, dann darf ich bis zum Ende der Phase bei jeder Attackenwürfel erneut werfen. Damit bin ich durch. Dann gebe ich einen Ruhmespunkt aus, um Standhaftigkeit zu spielen. Dann kriegt er plus 1 Wundenwert. Dann spiele ich noch Blitzpeitsche auf ihn. Als Reaktion, nachdem eine Attackenaktion dieses Kämpfers erfolgreich war, füge dem Ziel der Attackenaktion einen zusätzlichen Schaden hinzu. Kostet mich wieder ein Ruhmespunkt. Und weil ich dann immer noch einen übrig habe, spiele ich noch große Geschwindigkeit auf ihn und kriege plus 1 Bewegungswert. Ich aktiviere meinen Gehengten, der einen Angriff ansagt. Angriffsaktion. Drei Würfel. Ich benötige Schwerte. Nichts. Wähle einen befreundeten Kämpfer und bewege ihn. Halten wechselt weit. Das ist doch voll unfair. Ich weiß. Ich aktiviere Rastus. Der bewegt sich 1 zu. Halt, verdammt, jetzt habe ich mich verzählt. Halt, verdammt, verdammt, verdammt. Halt, verdammt, verdammt, verdammt. Halt, verdammt, verdammt, verdammt. Ja, doch, ich... Also, ich nehme meine Aktion, um eine Karte nachzuziehen. Und... bin dann durch. Ich nehme einen Ruhmpunkt, um meinem Vaglav plus 1 Bewegung zu geben. Gut. Ich aktiviere meinen Vaglav, der alle Chain Resps 2 bewegen darf. Schwüpp, 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 schwüpp. Damit bin ich fertig. Also, ich aktiviere Rastus. Dann macht er eine Attack-Naution gegen den mit der Axt. Ich habe drei Würfel, ich brauche Hammer. So. Zwei Erfolge. Zwei Erfolge. Ich habe einen Würfel auf Ausweichen. Nicht gereicht. Das müsste dann meinen Geist töten. Sehe ich das richtig? Das macht zwei Schaden, ja. Reaktion. Spiele diese Karte nach einer Attack-Aktion eines feindlichen Kämpfers, die einen angrenzten befreundeten Kämpfer ausschaltet. Der Attackierende erhält einen Schaden. Ja, ich darf auch noch meine Reaktion machen. Ja, das ist ja okay. Dann nach einer Attackenaktion dieses Kämpfers, die einen feindlichen Kämpfer ausgeschlagen hat, kann dieser Kämpfer eine Attackenaktion, äh, diese Attackenaktion ausführen. Mache ich dann auch. Ich habe zwei Würfel. Ich brauche Hammer. Ich schlage auf den mit der Schädelzwinge oder was auch anderes. Das sind zwei kritische Erfolge. Nein. Dann ist der tot. Dann kriege ich noch ein Ruhmespunkt für den einen. Das ist ein Schadenpunkt. Nein. Reaktion. Nachdem eine Attackenaktion dieses Kämpfers erfolgreich war, führe dem Ziel der Attackenaktion einen zusätzlichen Schaden zu. Ah. Damit habe ich jetzt zwei ausgeschalten und kriege noch zwei. Ich halte mir einen Shane-Resp. So. Der hat vier Bewegungen. Eins, zwei, drei, vier. So. Fertig. Naja. Keine Ahnung. Weil ich es kann, spiele ich Sturmschlag plus ein Schaden auf die nächste Attackenaktion mit einer Reichweite von eins oder zwei während der nächsten Aktivierung. Dann aktiviere ich wieder Rastus. Da es meine letzte Aktivierung ist, macht er eine Angriffsaktion, bewegt sich eins, zwei, drei, vier dort rüber, hat dann drei Würfel und schlägt auf den Gehengten drauf. Ich brauche Hämmer zum Treffen. Habe einen kritischen und einen Erfolg. Damit stirbt er. Damit mache ich genug Schaden und dann kriege ich noch mal einen Ruhmespunkt. Ich aktiviere meinen Vaglar. Eins, zwei, drei, vier. Damit bin ich fertig. Zehnfass. Ich kann sonst nichts mehr leider werten von meinen Missionen. Ich kann auch keine Missionskarten werten. Das heißt, ergebnis ich habe sechs Ruhempunkte. Ich habe neun? Ne doch neun. Ja, also neun zu sechs für die Stormcast. Hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet, weil... Großes Mimimiiiiemii. Fazit vom Spiel! Hat gut angefangen, ist dann irgendwie ins Stocken geraten. Ja, hat beziehungsweise angefangen und gut geendet. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass sich das noch so dreht. Aber es ist einfach von dem Startdeck, das drin hat, einfach ein Fehler auf die Missionsziele mit den Stormcasts zu gehen. Es macht mehr Sinn, einfach nur zu versuchen, den Gegner zu töten und damit Ruhmespunkte zu machen. Was sich ja als sehr effektiv erwiesen hat. Willst du es? Soll ich? Nee, ich mach es. Du hast den Anfang gemacht, ich mach das. Das Beste kommt zum Schluss. Steffen, du bist dran. Also, ich hoffe, euch hat der Spielbericht gefallen. Wenn ihr noch ein paar Ideen dazu habt, die ihr uns anders machen könntet, in den Comments. Ansonsten freuen wir uns über einen Daumen hoch. Oder wenn ihr es noch nicht bereits gemacht habt, abonnieren. Genau, bis zum nächsten Mal. Oder? Was ist denn jetzt? Sag doch. Passt doch so. Also, ein, 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 ein. Ich meine, ist natürlich klar, dass du mich wieder nicht zu Wort kommst? Niemals. Zurück an den Ofen. Selber lange Haare. Du wirst die Mache. Du wirst die Mache. Das stimmt. Ich muss ja den Dächern reifsen. Wir sind fertig. Schau mal an, ob es passt.